Wenn Sabrina Winter im Wald bei Laim unterwegs ist, muss sie jetzt immer daran denken, was hier ihrem Kater Toni passiert ist. Jogger fanden den massakrierten Kadaver ihres Lieblings, nachdem sie tagelang verzweifelt gesucht hatte. Er muss auch schon eine Weile hier gelegen sein. Er war ganz nass und kalt und schon steif und ganz dreckig und hatte eine aufgeschlitzte Kehle. Ich konnte eigentlich gar nicht reden. Ich bin dann auch von der Arbeit nach Hause gegangen und wir haben den Toni gleich beerdigt. Es war einfach ein ganz schlimmer Tag für uns. Er hat so lange Schnurrbarthaare gehabt. Katzenschützerin Henni Busse hilft Sabrina, das Erlebte zu verarbeiten. Zusammen suchen sie nach Antworten. Seit über zehn Jahren hilft die Rentnerin Katzenbesitzern bei der Suche nach ihren verschwundenen Tieren. Aber so einen Fall hat sie noch nie erlebt. Jemand muss es wohl auf den Kater abgesehen haben. Er verschwand an einem Herbstabend. Mit Gewalt muss er aus der Wohnung gezerrt worden sein, vermuten sie. Denn das Kellerfenster war mit einem Metallnetz verschlossen. Jetzt ist da nur noch ein Loch und etwas Fell haben sie von Toni gefunden. Da ist herausgeklaut worden, da ist ein ganz gerader Schlitt. Also eine Katze kann das nicht aufgekratzt haben. Die ganze Nacht hatte Sabrina Winter damals nach Toni gesucht. Aber auch die vielen Vermisstenanzeigen brachten keinen Hinweis. Toni, nur ein Einzelfall? Das glaubt sie nicht. Wenn man dann sieht, wie viele Katzen generell verschwunden sind, die nicht mehr zurückkommen. Ja. Und dann, wenn man immer wieder die Bilder sieht, das reißt schon wieder die Wunden auf. Beim Tierschutzverein Tasso sind für Leim und Umgebung 120 vermisste Katzen gemeldet. Der Verein kann nicht sagen, was mit ihnen passiert ist und auch nicht, ob es außergewöhnlich viele Fälle sind. Die Polizei kennt die Sorgen der Katzenbesitzer, kann aber ohne einen Beweis nicht ermitteln. Trotzdem glaubt Katzenschützerin Henni Busse nicht an einen Zufall. Da ist jemand, der ein gestörtes Verhältnis zu Tieren, in der Hauptstadt, sprich Katzen hat. Das ist nicht normal, was da passiert. Die Katzenbesitzer der Region, die ein Tier vermissen, haben sich seit einiger Zeit vernetzt. Es gibt das Gerücht eines Katzenmörders. Manche leben schon seit Jahren mit der Ungewissheit, was mit ihren verschwundenen Katzen geschehen sein könnte. Auch Mariam Balbaki, sie glaubt nicht, dass Kater Katkut und das Kätzchen Koko einfach weggelaufen sind. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meinen Katzen, wie meine Kinder gewesen. Die Hoffnung behalte ich im Herzen weiter, auch wenn ich den Verdacht habe, dass ich sie nicht wieder bekomme. Es fehlt ein Familienmitglied. Aber ich mag die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben. Ich habe wirklich alles angestellt, um diese Katze zu finden. Und wenn die in der Nähe gewesen wäre, hätte ich die auch gefunden. Was Toni angetan wurde, ist schrecklich. Sabrina hat im Gegensatz zu vielen anderen Gewissheit, was passiert ist. Und sie konnte Toni beerdigen. und sie selbst beerdigen. Dadurch beerdigen. Vielen Dank.